Hallo Freunde des Steins und herzlich willkommen zurück zur Brickstory und einer weiteren Folge Bau eines Lego Star Wars Raums und in dieser Folge wird tatsächlich einiges weitergehen an der Minifiguren Baseplate Wand. Vorher aber noch ein kleines Update zum Hoth Mock, da habe ich jetzt die ersten Teile bestellt. Wie ich ja in der letzten Folge erklärt habe, soll dieses Hoth Mock alle 5 AT-AT-Walker, die im Spielmaßstab jemals erschienen sind, beherbergen und da gibt es im Grunde verschiedene Möglichkeiten, wie man das bauen kann. Dann einerseits natürlich mit einer Snot-Technik, also Stutnot-on-top-Technik, da liegen die Steine quasi, oder halt dem regulären Noppenbelag. Da gibt es zwei verschiedene Mocks, da habe ich mir mal so im Internet angeguckt. Ich persönlich werde das jetzt mit dem Noppen oben bauen, weil ich es einfach ungleichmäßiger finde, wenn man teilweise nochmal Noppen sieht und teilweise keine Noppen sieht. Ich habe da auch Bob Brickman gefragt, der sieht das genauso. Der ist ja ein bisschen mehr Experte beim Mockbauen als ich. Deshalb, das wird dann in der nächsten Episode wahrscheinlich kommen. Hier sind jetzt die ersten Teile drin, die ich jetzt schon mal über Bricklink bestellt habe. Wir haben hier solche 1x2 Cheese Slopes. Solche 1x2 Cheese Slopes nochmal in schwarz für die Wand einfach mal zum Test bestellt, werdet ihr gleich noch sehen. Ein dunkelrotes Dreieck, das hat bei mir im AT-AT-Walker, den ich gebraucht gekauft habe, gefehlt. Deshalb habe ich das nochmal nachbestellt. Und außerdem nochmal hier ganz viele 1x2 Cheese Slopes in weiß. Die werden dann alle im Mock irgendwann eingebaut. Das in der nächsten Folge. Denn wir haben ja noch ein Baseplate Drama zu lösen. Ich denke am Ende dieser Folge sollten wir das aber alles raus haben. Viel Spaß! Und zwar wäre die erste Möglichkeit, dass man wie hier oben diese halben Plates bzw. halben Teils nimmt und die dann so übereinander anordnet. Und dann die Figuren quasi so da dran hängen mit diesen einzelnen Untersätzen. Hat halt den Vorteil, dass es hier oben ganz nett aussieht. Dann darunter kommen aber wieder Noppen und man muss halt die komplette Baseplate damit zubauen. Genau das gleiche wäre dann hier, wenn man das so ein bisschen unregelmäßig macht. Könnt ihr auch sehen, wie das dann von oben, von weiter weg aussieht. Hat irgendwie auch was Cooles. Ihr müsst es aber auch bedenken, das Licht scheint jetzt auch hier direkt drauf. Deshalb das wird man nie im Museum so direkt sehen, weil halt das Licht von einem anderen Winkel dann kommt. Oder es gibt halt noch die Option, bei Lego gibt es halt nur graue, also gibt es halt nur wenige Farben und vor allem auch nicht einzeln verkäuflich. Einfach solche schwarzen Baseplates zu nehmen, so wie es dann hier aussieht. Das ist tatsächlich die billigste Variante und gleichzeitig auch die simpelste Variante. Denn wenn man jetzt sagt, hier ich will irgendwann nochmal die ganzen Truppen alle umsortieren. Das ist jetzt alles immer mit sieben Noppen Abstand hier. Dann kann man die Truppen zum Beispiel nicht hier hin machen, weil sie dann einfach locker sind. Genau das gleiche gilt dann auch für die Variante hier. Würde dann auch gelten, wenn man halt irgendwie Tiles nimmt und das damit ausbaut. Hier kann ich halt sagen, ich will den hier haben, ich will den da haben. Das geht alles. Und man könnte dann die Truppen auch irgendwann nicht mehr nach Bricklink Nummer, sondern halt auch irgendwie nach Thema oder sowas sortieren. Da sind diese schwarzen Baseplates halt schon ganz gut. Es sind halt keine offiziellen Baseplates. Sieht man jetzt nicht direkt. Sieht man halt daran, dass da kein Logo drauf ist. Und dass hier halt mehrere Angusspunkte dran sind. Die sind tatsächlich nicht ganz so schön. Das Ding ist aber, wenn man jetzt hier oben auf die Figuren drauf guckt, Wenn man jetzt nicht absichtlich danach sucht, dann sieht man die Angusspunkte auch überhaupt nicht. Plus dazu, so eine Baseplate kriegt man glaube ich so für um die drei Euro. Hier die ganzen Sachen drauf zu machen, diese ganzen einzelnen Platten zu kaufen. Da ist die Wand am Ende wahrscheinlich so zwei Riesen wert. Alleine an Baseplates und an solchen einzelnen Teils, die da hängen. Deshalb werde ich es jetzt wahrscheinlich so machen, dass wir hier diese Baseplates verwenden. Da würde ich dann das Geld eher noch da rein investieren, hier vorne jeweils ein Print anfertigen zu lassen. Für jede einzelne Minifigur. Aber da kommen wir später noch zu. So und jetzt müssen die Baseplates dran glauben. Keine Sorge, das ist eine professionelle Operation. Wir brauchen halt nicht die komplette Baseplate. Unten müssen acht Noppen abgeschnitten werden, damit es an die Wand passt. Ich versuche es jetzt mal mit dem Cuttermesser durchzubekommen. Ich bezweifle aber, dass das funktioniert. Und jetzt habe ich alter Sparfuchs aus einer Baseplate direkt zwei Baseplates gemacht. Und es hätte wirklich nicht besser laufen können. Wie ihr hier sehen könnt, passt die Baseplates hier genau rauf, sodass da unten noch eine Minifigur Platz hat und auch noch eine Reihe ist. Und diese Reihe, ihr seht, das habe ich sehr unordentlich abgeschnitten. Das macht aber nichts, denn ich werde da noch so eine Reihe von einmal zwei Cheese Slopes ins Schwarz anfügen. Hier an der Kante auch noch, dass das so ein schöner Abschluss quasi ist. Dann interessiert das keinen, was mit der Kante da unten ist, weil das dann ja sowieso mit Steinen überbaut ist. Junge, Junge, heute ist aber echt der Glückstag und freundliche Hilfe habe ich auch gerade noch von Markus. Er guckt gerade noch mein Video, was heute gerade rausgekommen ist. Finde ich sehr ehrenwert und er baut gerade hier noch die weiteren Ständer, damit wir gleich noch die Figuren weiter aufbauen können. So Freunde, der Moment ist gekommen. Die ersten zwei Reihen an Baseplates hängen jetzt hier dran und ich bin wirklich sehr zufrieden, wie das aussieht. Natürlich, die Schrauben müsst ihr euch hier jetzt noch wegdenken. Die Angusspunkte sieht man auch nicht, wenn da Figuren vor sind. Aber das ist schon sehr, sehr cool, allein wenn man hier so rüber wischen kann mit den ganzen Noppen. Und was wir jetzt machen, ist die ersten beiden Figuren aller Zeiten dort oben anzubringen. Das Ding ist, es sieht einfach nicht gut aus, so wie ich es jetzt hier gerade mal geplant habe. Ich bin jetzt mal hier die Reihe runtergegangen, habe da ein paar Figuren schon mal hingestellt. So würde das dann aussehen. Dann würde man quasi die ganze Zeit von oben nach unten gucken müssen, wenn man hier irgendwie sich die Figuren ansieht. Das ist einfach keine gute Lösung. Ja, habe ich also auf so einer einzelnen Platte sieht es ja noch okay aus, aber wenn dann die ganze Wand so vollkommen durcheinander ist, das geht halt einfach nicht. Deshalb haben wir jetzt die andere Lösung überlegt. Und zwar wird das Ganze jetzt mit Jahreszahlen gelöst und die jeweilige Jahreszahl ist dann hier in so einem einzelnen Kästchen drin. Und dort sind dann wiederum die Minifiguren zu sehen, die in diesem Jahr herausgekommen sind. So hat man direkt auf einem Überblick, welche Figuren in dem Jahr herausgekommen sind. Wenn man irgendwann Führungen macht, kann ich auch super die ganzen Sets, die in dem Jahr herausgekommen sind, dazu erklären. Und man hat halt auch immer dieses Abgeschlossene. Das heißt, aus dem Jahr 2006, da wird offensichtlich keine weitere Figur mehr erscheinen. Deshalb muss ich mir auch keine Sorgen machen, dass es nicht mehr in dieses Kästchen reinpasst. Die Jahreszahlen haben wir jetzt mal zum Testen mit diesen 1x2er Red Tiles gemacht. Ich muss sagen, Rot gefällt mir schon ganz gut. Aber falls ihr da noch eine bessere Farbe kennt, schreibt das mal gerne in die Kommentare. Dann probieren wir das alles natürlich auch nochmal aus. Und wir haben auch noch unterschiedliche Bauweisen für die Jahreszahlen. So ein bisschen diese kantige, eckige Variante und halt diese abgeschlossenere. Schreibt auch da gerne mal eure Meinung in die Kommentare, was wir da machen werden. Und ja, hier oben diese Ecke, die ist total hässlich. Die stört mich auch schon die ganze Zeit. Die wird aber noch wegkommen, keine Sorge. Es gibt aber auch noch eine Hiobsbotschaft. Wie ihr wisst, habe ich diese Baseplates ja von einem Zuschauer zugeschickt bekommen. Herzlichen Dank nochmal an dich, das war eine richtig, richtig gute Idee. Ich wollte die aber nochmal nachbestellen, denn hier fehlen natürlich jetzt noch einige. Allerdings scheinen die das entweder geändert zu haben oder es gibt jetzt andere Baseplates. Die, die ich jetzt hier bekommen habe, sehen dann so aus. Das sieht jetzt auf den ersten Blick erstmal gleich aus. Es ist aber Fluch und Segen zugleich, denn, tada, das sind große Bauplatten eigentlich. Das hier sind Baseplates, die haben unten nicht mehr diese Tuben dran, wo man halt noch theoretisch Noppen drauf machen kann. Das heißt natürlich jetzt einerseits, negativ ist, dass jetzt hier so eine Kante wäre, wenn ich das jetzt nochmal eins zu eins so einsetzen würde. Positiv ist, dass diese neuen Baseplates nur vier Angusspunkte haben, die hier auf den einzelnen Noppen drauf sind und dass diese noch nicht durchbohrt sind. Ihr seht ja, hier habe ich die Schrauben verwendet. Es gibt aber noch eine wesentlich bessere Lösung, als die Schrauben, diese Baseplates festzumachen. Wir haben jetzt doppelseitiges Klebeband benutzt. Da habe ich am Anfang nicht so ganz vertraut, deshalb habe ich es nicht benutzt. Aber jetzt seht ihr zum Beispiel hier, das ist so dermaßen stabil mit dem doppelseitigen Klebeband. Und da fällt einfach nichts ab, deswegen habe ich darauf vertraut. So werde ich es mit den Baseplates machen. Ich werde jetzt alles hier nochmal abreißen, werde alles nochmal dann neu auf diese Platten drauf machen, die an der Wand festkleben. Die alten Baseplates, da finden wir auch noch eine Verwendung für keine Sorge, die werden nicht weggeschmissen. Lösungen sind nicht perfekt beim ersten Mal, man muss es auch immer weiterentwickeln. Und da bin ich jetzt eigentlich ganz froh darüber, dass wir da nochmal eine zweite Chance bekommen haben. So und circa drei Stunden später hängt dann jetzt alles wieder dran an den neuen Baseplates. Und ich muss sagen, es hat sich wirklich gelohnt. Es sieht so viel besser aus, gerade wenn jetzt nicht mehr diese Löcher für die Schrauben drin sind, die Angusspunkte nicht mehr da sind. Ah, ich liebe es. Es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Hier unten, ja, so sieht das aus, wenn man das doppelseitige Klebeband abmacht. Deshalb wollte ich es am Anfang nicht dran machen. Das Holz bzw. die Lackierung löst sich halt dann langsam ab. Aber gut, jetzt wird hier noch weiter durchgezogen. Ich melde mich dann nochmal, wenn es fertig ist. Jetzt hängt 2008, 2009, 2010 ist fertig, 2011 ist fertig, 2012 hängt auch da. Und jetzt sind wir tatsächlich in 2013 diese kleinen Standfüße ausgegangen für die Figuren. Eieiei, wie das jetzt hier gerade aussieht, es sieht noch nicht so gut aus. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Hier sind noch einige farbliche Änderungen drin, die ich euch jetzt noch erklären werde. Aber stellt euch mal vor, hier die komplette Wand ist irgendwann damit voll. Es geht ja noch bis ganz hier hinten weiter. Da ist jetzt nur das Glas gerade vor. Das wird auch noch vernünftig beleuchtet, dass es von innen auch noch rausleuchtet. Das kommt alles dann in den nächsten Folgen. Ich habe jetzt hier nochmal für die schwarzen Umrandungen schwarze Plates teils genommen, anstatt den grauen. Figuren bringen genug Kontrast rein. Und die grauen, ihr seht, das sieht einfach nicht gut aus. Das war eine Idee von Bob. Das werde ich alles hier hinten noch umändern. Stimme ich ihm vollkommen zu, dass wir das noch raus machen müssen. Bei der Farbe der Jahreszeile bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Einerseits gelb für Star Wars. Optik wäre natürlich ganz cool. Ich mag dieses rote Sith aber irgendwie auch ganz gerne. Das schwarze, das ist absolut nichts, denke ich. Und dieses graue, ich weiß auch noch nicht so ganz. Da kann ich mich noch nicht so wirklich mit anfreunden. Aber sonst so seht ihr, dass hier noch sehr viele Lücken sind. Das heißt, hier wird noch einiges an Vermögen in Star Wars Minifiguren reinfließen. Gerade hier vorne in den ersten Jahren. Passt auf, da ist auch nicht alles jetzt 100%. Also ein paar Figuren gehören nicht in die Jahre rein. Ich habe die nur gerade noch hingelegt, weil sie hier unten war und ich das mal abgesaugt habe. Das wird auch nochmal wahrscheinlich nochmal überstrichen hier. Kommt halt davon, wenn man hier arbeitet. Ich habe jetzt hier zum Beispiel für die Astromax so ein bisschen breitere Ständer genommen. Hier kann man es ganz gut sehen. Der Arc Trooper, der hat einen Ständer bekommen, der so ein bisschen weiter vorguckt, weil er halt noch das Backpack hat. Jabba wird hier unten dann auch noch einmal hinkommen. Ich denke, der sollte auch vor die Glasplatte hier unten noch dazu passen. Die weißen 2x4er hier auf dieser Seite dienen übrigens dazu, dass die Platten noch so ein wenig zurecht gerückt werden. Ich habe die ja mit doppelseitigem Klebeband festgemacht und wenn man sie hier noch so ein bisschen befestigt, dann stimmen die Spaltmaße besser. Also die stimmen jetzt auch schon sehr gut. Man sieht davon ja auch überhaupt gar nichts. Aber man kann es ja immerhin probieren, dass sie sich noch so ein bisschen zurecht rücken und zusammenziehen. Auf jeden Fall ist es hier schon fast ein Kindheitstraum, der in Erfüllung geht, diese ganzen Figuren hier so zu sehen. Und wenn das irgendwann voll ist, ich freue mich da riesig drauf. Ich werde jetzt neue Teile hier für die Halter bestellen. Ich werde jetzt neue Teile für Hoth bestellen. Das heißt, ja, es geht noch einiges voran hier. Ich hätte gerne mehr geschafft in diesem Update, aber ich habe so viel Zeit daran investiert, die Platten abzunehmen, die Platten wieder dran zu bauen, die Steine ranzubauen. Vor allem auch die Figuren hier so zu machen, dass sie schön aussehen. Da wird noch ein komplett eigenes Video zu kommen. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Habt einen wundervollen Tag, genießt euer Leben und hier findet ihr noch weitere Videos zum Museum oder auch zu Star Wars.